und herzlich willkommen zu herr der ringe schlacht und mit der depart nummer 16 ich wollte eigentlich in marohans armee noch mal spielen aber ich weiß nicht wo ich anfangen soll das ist immer gut wobei wir können ja erstmal grunder pushen wobei die können ja auch rein ich will gerne wissen warum der scheideweg einst war der scheideweg eine belebte durchgangsstraße gondors heute ist das gebiet in der gewalt mordors alles ist in gewalt von den orks anscheinend weil die menschen wie so flaumen sind besiegt alle truppen mordors wir müssen unser lager aufschlagen wir haben gepushte push einheiten haben wir zwei eingänge wenn ihnen das gebiet gehört wir haben dieses land schätzen wenn ihnen das gebiet gehört müssten ja tätig sind schon hier gewesen sein wir brauchen wir brauchen eure hilfe wir haben ein neues gehöft das gebiet ist fertig wo waren die denn sie ich gar nicht seh die gar nicht dann blend ich bin ein blindes fuchs wir werden dieses land schützen für gesell allein für gesell allein wir haben ein neues gehöft wir müssen wachsam sein als ob der die diese marme besiegen kann ach der kommt von da 3 spielzahlpunkte irritiert mich trotzdem der feind in deckung männer der kommt von hier da sind sie feinde gondors da müsste theoretisch gesehen keine chance haben aber das haben wir ja gerade auch schon gesehen sind eigentlich die geister das höchste rettung machen können 16 ja warum ist das hier 16 punkte wir haben ein neues gehöft stehe jetzt warum gehen die einheit nicht mit da zerstöre alle löcke des bösen ok mach ich schnell werden angegriffen kommt immer mehr immer mehr von denen für gondor pfeile abschießen sieh es auf den hals gar nicht zu machen was du willst sieh es auf den hals kommst du da nicht voran du gehst nie über die brücke da der feind ist unter uns männer ich hoffe der baut sich auch gerade erst auf das wäre eigentlich geil dann hätten wir theoretisch gesehen schon gewonnen aber nur theoretisch ich müsste auch mal bauen aber soll ich dann bauen so waren keine trolle kommt ist ja alles ok hier da ist immer die drüben hier drüber gekommen vor sich gehen wir hier auch rüber weiß nicht wo der ist ich kann mich an manchen maps wirklich nicht dran erinnern wir haben ein neues gehöft sucht nach spuren da ist was rotes ein marauding monster red monster machine ok schön dass wir keine einheit machen können das ist so toll wo da unten ok da ist was können wir schon mal anfangen sag den rittern ihre stallungen sind bereit ey ritter eure stallungen sind bereit unsere truppen werden angegriffen von wo kommst du spacko ey diese ungewissheit holt eure waffen das will ich sehen wie du trolle zertrampelst hinterlasst keine spuren leise hier bauen wir eine kleine zieche posten hinterlasst keine spuren ach da ist was das ist eigentlich doch was das müssten seine eigenen trolle sein dann und weg habe ich denn wieder einheiten hergekriegt nicht was verteidiger des weißen baumes der unter unten ok haltet nach dem feind ausschau und manche gebiete da geht das 15 quats quats war das letzte das war ja wirklich da hat er mich da wirklich auseinander genommen ach du scheiße was in der der fotorolle Schieß mal! Einen kaputt! Wenn die alle kommen, haben wir ein Problem! Werft sie wieder! Der Feind ist unter uns Männer! Die Brunner hast du geknickt! Oder auch nicht! Gerade der eine ist auch geknickt! Schauen wir mal das hier fertig! Aber der ist schwerer Rüstung! Der ist schwerer Rüstung! Warum geht ihr nicht dahin? Du sagst das Bro! Entweit haben die das! So, Bomberman, müssen wir neu doen! Eine Einheit! Unsere Truppen werden angegriffen! Information bleiben! Gebiet sichern! Ja, ich kann jetzt nur Einheiten aufbauen, weil die Schmier dauert zu lange, bis die Schufe 2 ist! Zwei ist! Der Feind! Entdeckung Männer! Die neue Kaserne ist bereit! Die neue Kaserne ist bereit! Die neue Kaserne ist bereit! Sagt den Rittern ihre Stallungen sind bereit! Einfach mal aufbauen! Das hört ja schon nix! Da! Putin euch! So! Weiter! Kann ich auch schießen! Ich hoffe das ist die letzte Basis dann! Macht eure Waffen bereit! Macht eure Waffen bereit! Hatten wir wenigstens einen gemütlichen Part mal! Wächter! Attacke! Soldatenbataillon einsatzbereit! Bleibt wachsam! Zerstört diesen Ort des Bösen! Sie haben dieses Land entweiht! Sie haben dieses Land entweiht! Sie haben dieses Land entweiht! Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen! Du kannst doch keine Einheiten aufbauen! Turmwaffen! Bei mir ging das Turmwaffen jetzt nicht! Da konnte ich nix aufbauen! Das war voll... Das war voll... Das war voll... Das war voll... Das Spiel ist super! Vorwärts! Truppenarmee hole ich gleich! Wenn... Irgendwas... Wenn ich den jetzt nicht besiegt haben sollte! Dann kann ich wenigstens lauten schnell! Und? Wir werden uns immer an diesen Tag erinnern! Okay! Oh mein kurzer Part! Ich glaub's ja nicht! Der Feind ist vernichtet! Das war doch nur 12 gedötet! Klingt ja relativ low... Dafür 3 Punkte ist doch... Geil... Eine riesige Armee hat Minas Morgul verlassen. Osgiliath ist nun die letzte Bastion zwischen Mordor und Minas Tirith.